Wir leben zusammen. Wir trainieren für den Triathlon zusammen. Wir machen fast alles zusammen. Es ist mehr so, was wir zusammen machen. Ja, das ist wahr. Wir haben zusammen ein Monat nach unserer ersten Date. Ja. Ich fühle mich, dass wir immer eine Fantasie für den Zukunft haben. Wenn ein von uns tanzt, dann kommt der andere. Wir haben uns vor drei Jahren auf Tinder gematcht. Dann sind zwei Jahre vergangen. Und wir haben uns wiedergefunden. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Ja. Alles passiert. Das ist auch etwas, was wir beide glauben.